Grüßt euch und hallo zu How well do you know, girlfriend, wie sehr, wie gut kennst du deine Freundin? Ich habe zwar gerade keine Freundin, aber ich werde einfach irgendeine andere Person nehmen, Alter. Entweder von früher oder jetzt, ist egal, wir gucken einfach mal, ich muss das einfach anklicken. Kennst du die Farbe, die Lieblingsfarbe deiner Freundin? Ja, nein, ich denke, I don't like I do. Ich mag es nicht, dass ich es weiß. I don't think, glaube ich, aber ich mag es nicht, dass ich es weiß. Ich fand es immer schrecklich. Also wirklich, ich saß dann da so und sie saß daneben und ich sage, verdammte Scheiße, echt mal. Ich hätte fast den Namen gesagt, aber das lasse ich mal. Und dann, was ist los? Boah, ich finde es so scheiße, dass ich weiß, dass du blau magst. Entschuldigung. Und dass die ganze Zeit hier steht, wie das Spiel heißt, wisst ihr es auch. Deshalb, ich hasse das. Einfach zu wissen, wenn ich auch einkaufe oder sowas, dann muss ich die Farbe suchen. Zu wissen, welche Farbe deine Freundin mag oder dein Partner, es muss ja eigentlich nicht auf Girlfriend gehen, Partner, ähm, macht nur mehr Arbeit. Ah, guck mal, so, jetzt, ich würde ja eigentlich diese grüne, äh, äh, ne, diese grüne Peitsche kaufen. Aber jetzt muss ich die blaue kaufen. Oh, die gibt es nicht mehr. Super, und jetzt? So ein Scheiß. Ich mag das nicht. Das war falsch. Es gibt richtig und falsch bei meinen Antworten. Bei der nächsten Wahl wird das interessant. Welche Partei wählen sie? Hm, CDU, SPD oder die Richtigen? Äh, und dann, dann wähle ich so die Richtigen. Falsch! Ihr Kreuz wird automatisch bei der CDU, CSU gemacht. What? Kennst du das, äh, das, äh, das beliebteste Buch, Buch deines Partners? Buch? Äh, 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 ist mir egal. Ganz unten ist schon mal gut. Das dritte ist eventuell. Ähm, Bücher, warte mal. Meine Fresse. Ich kenne wenige Leute, die noch lesen. Nur eine, nur eine Österreicherin. Ach, da weiß ich nicht, was die liest. Ähm, nicht das beliebteste. Nein, aber es interessiert mich eigentlich auch nicht. Weil dann, guck mal, was kann daraus schon gut werden? Entweder du musst dieses Buch kaufen, und dann hat sie, dann, dann, was dann? Dann liest sie. Dann ist sie eigentlich nur ein Möbelstück, das du nicht benutzen kannst. Sie ist voll im Weg. Das heißt, dumm. Dann muss sie auch noch die richtige Farbe finden. Das Buch muss die richtige Farbe haben. Und dann liest sie das. Und sagen wir mal, sie liest sowas wie Fifty Shades of Grey. Ja, dann will sie vielleicht was ausprobieren. Aber sie will ja auch, sie will dann aber auch selbstbewusst sein. Noch schlimmer, wenn sie irgendwas Feministisches oder sowas liest. Total dumme Idee. So, und wenn ich dann mal frage, Na, was liest du? Dann muss ich mir das auch noch anhören. Dann muss ich mir anhören, was sie da liest. Sonst würde ich das doch selbst lesen. Who fucking cares, was du liest? Frag mich, was ich gerade spiele. Ich erzähle dir über meine Games. Nein, tut sie auch nicht. Deshalb, ist mir egal. Ja, ja, ist falsch. Du hast bestimmt eine Frau hier gemacht. Also, Dose. Schläft deine Freundin schnell ein. Mag deine Freundin mit dir Zeit zu verbringen? Ja, auf jeden Fall. Nein, ja, ist mir egal. Das ist ein bisschen schwerer, denn ob sie es mag oder nicht, ist eigentlich egal. Eigentlich bin ich nur sowas wie ein Statusobjekt für sie, damit sie angeben kann. Daher ist mir eigentlich egal. Wenn sie da ist, dann muss sie ran. Also, das ist jetzt so ein bisschen so wie, das ist aber auch kein Hund. Weil, was bringt ein Hund, wenn Nutella aus ist. Das ist dann einfach so, weißt du, wenn ich dann morgens aufwache und sie ist da und sie möchte Zeit mit mir verbringen. Ja, dann ist es so ein bisschen so, was bringst du mir dafür? Du darfst mit mir Zeit verbringen. Was gibst du mir dafür? Und daher, eigentlich ist es mir egal, ob sie die Zeit gerne mit mir verbringt. Hauptsache, sie verbringt es so, wie ich es möchte. Deshalb ist es mir ziemlich egal. Dose, mal wieder. Hat auf jeden Fall eine Frau gemacht. Erzählt dir deine Freundin alles? So. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich denke doch. Ich nicht, nein. Die Macherin von dem Spiel ist auf jeden Fall gut im Sex, also gut im Bett, aber sie hat Zeit, dieses Spiel zu machen. Deshalb hat sie gerade keinen. Also, ist so zweitschneidig. I don't know. Ich nicht, nein. Das muss man, das ist auch ein bisschen, muss man anders rangehen an dieses Ich nicht, nein. Also, ich erzähl ihr nicht alles, nein. Das beantwortet zwar nicht die Frage, erzählt deine Freundin dir alles, nur, das ist eigentlich eine rhetorische Frage, denn das interessiert mich ja auch nicht. Weil alles bedeutet ja auch, was sie denkt, was sie wünscht, was sie fühlt, was sie vorhat. Das ist ziemlich egal. Und deshalb ist die Frage eigentlich umgedreht. Die wichtigste Frage ist, erzähl ich ihr alles? Und das haben sie ganz gut gemacht hier. Ich nicht, nein. Denn warum soll ich ihr alles erzählen? Erstens, sie soll sich auf andere Sachen konzentrieren. Zweitens, ich werde sie niemals abfragen. Dann wiederum erzähle ich ihr nur die wichtigen Sachen. Also, ich erzähle ihr nicht irgend sowas wie, ich gehe jetzt weg oder ich habe eine andere oder sowas. Sondern ich erzähle ihr sowas wie, hey, ich komme um 19 Uhr vom Sport zurück. Und bevor ich dann verschwitzt duschen gehe, möchte ich noch einen Blowjob. Also, das ist ja dann wichtig, auch für sie zu wissen, wie der Ablauf des Tages sein wird. Und das ist dann, weil danach dusche ich dann und ich lasse mir dann meistens noch ein bisschen Zeit, damit sie das Kochen fertig machen kann. Da bin ich auch nett, muss ich zugeben. Also, ich bin ja, bin schon ziemlich toll. Und deshalb erzähle ich ihr bestimmte Sachen. Oder ich brauche diese Hose bis zum Wochenende. Also, das ist auch sehr wichtig in dem Moment, ihr Freiheit zu lassen, dass ich ihr nicht genau sage, wasch diese Hose und bügel sie für mich. Sondern sie soll ja auch von sich aus das Gefühl bekommen, sie ist was wert. Wenn ich dann sage, ich brauche diese Hose zum Wochenende, dann ist ihr im Hirn so, ah, ich denke mal, ich mache diese Hose sauber und bügel. Also, schlimm wird es, wenn sie es dann nicht macht. Dann habe ich gemerkt, ich habe ihr zu viel zugemutet. Ich habe sie ein bisschen überbewertet. Also, das ist so ein bisschen, man muss aufpassen, wie man sie fordert. Aber ich erzähle nicht alles, nein. Oh, letzte Frage. Kennst du die Augenfarbe deiner Freundin? Ja, nein. Ich denke, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, nein. Und ist mir auch egal. Naja, sagen wir mal so. Wann sehe ich schon mal ihre Augen? Wenn ich ihre Augen sehe, hat sie die meisten geschlossen. Wenn nicht, dann tut es richtig weh. Das brennt richtig. Das ist einmal passiert. Und dann war sowieso ihr Auge für ein paar Tage rot. Also, so gesehen hat sie daraus gelernt. Und daher, wenn ich sie angucke, zum Zielen, ist es meistens so, dass sie die Augen sowieso geschlossen hat. Und ich habe mir immer so gedacht, was bringt es? Das ist so wie mit der Lieblingsfarbe. Später ist noch die Augenfarbe ihre Lieblingsfarbe. Und dann muss ich immer die Augen rollen, weil ich mir denke, ach, du bist einfallsreich. Und dann ist es auch ein bisschen Qualitätsminderung. Und dann, und weiß ich nicht. Es ist einfach so, was, warum sind wir in einer Gesellschaft, die so ekelhaft ist und den Wert einer Frau daran ausmacht, was für eine Augenfarbe sie hat. Also, das finde ich jetzt auch ziemlich ekelhaft und auch erschütternd. Und das will ich nicht unterstützen. Und deshalb sage ich einfach, es ist egal, weil, wenn du spielst und sie auf dir sitzt, dann guckst du ja den Fernseher an. Und das ist ja voll unfair dann, wenn du ihr die ganze Zeit, das gehört sich auch nicht, die ganze Zeit in die Augen von jemandem zu starren. Weil dann fragst du, was ist los, was ist los, was ist los? Also, das passiert auf jeden Fall bei anderen Leuten, bei mir so. Manchmal werde ich sogar gebissen. Ganz seltsam, wenn ich bestimmten Wesen in die Augen gucke, starre. Und dann weiß ich, okay, der Hund, der hat braune Augen. Was hat mir das jetzt gebracht, außer ein paar Narben auf dem Penis? Also, deshalb würde ich mal sagen, für den Respekt gegenüber Frauen sage ich jetzt, es interessiert mich nicht. Es rechnet scheinbar noch aus, deshalb diese grünen Leisten. Ah, Mist. Da steht 0%. Ich denke mal, das heißt einfach, nee, eigentlich habe ich 100%. Aber wie man sieht, hat die Frau, die das Quiz gemacht hat, hat sie nicht gut programmiert. Ich meine, es ist eine Frau. Wow. Man muss ja auch mal, wie ich eben gesagt habe, man muss auch drüber nachdenken. Man darf nicht immer gleich bewerten. Man muss auch drüber nachdenken, was die Hintergründe sind. Und das finde ich schon ganz süß, dass sie das probiert hat. Bloß am Ende war es dann doch zu viel. Fünf Fragen zu programmieren, auszuwerten, das ist ja schon regelrecht Mathe. Also, das ist doch irgendwie unfair, muss ich sagen. Und daher würde ich einfach sagen, das war eine Süßversuchung, aber die Rechnung wird niemals entbänden. Vielleicht würde ich es jetzt hier ein paar Stunden und ein paar Tage stehen lassen. Vielleicht irgendwann. Aber sagen wir mal so, ich weiß ja die Antworten. Und eigentlich wissen die Frauen auch, dass Männer es eigentlich immer besser wissen. Aber das ist halt auch ganz süß gemacht hier. Vielleicht war der Typ gerade auf einer Lahnparty oder gerade Sport machen ein bisschen mehr, weil gerade was anstand oder sich prügeln mit seinen Freunden oder sowas. Also, so coole Sachen machen und deshalb hat sie sich ein bisschen langweilig. Es war alles getan im Haushalt. Vielleicht wusste sie nicht, was sie tun sollte und der Hund war gerade ein bisschen müde. Und daher, also, was wir daraus lernen, macht nicht, dass eure Frauen sich schlecht fühlen oder sich so blamieren. Gebt ihnen immer genug zu tun, damit sie niemals zur Ruhe kommen. Das ist einfach nicht in der und der Natur. Also, wenn ihr wieder rausgeht und ihr wisst, heute wird es ein bisschen länger, weil ihr müsst noch die Sekretärin verlachlegen oder sowas, macht die Küche dreckiger. Oder versteckt irgendwo einen Fisch. Na ja, Frauen riechen das nicht immer. Aber, ähm, oder macht irgendwie, schreibt einen Zettel, Ah, ich hab da was gerochen, irgendwo ist wohl ein Chicken McNugget hingefallen. Die versteckt ihr, dann hat sie eine süße kleine Suche, bis sie wiederkommt. Oder ihr werft nochmal die Wäsche auf den Boden oder sowas. Weil dann wäscht sie natürlich alles nochmal, weil es geht ja nicht nur wieder zusammenlegen. Wo kommen wir denn da hin? Aber, ihr merkt, die Liebe ist halt stärker als alles andere. Und dann müssen wir auch einfach mal uns um die niederen Wesen kümmern. Also, so gesehen, einfach mal gut sein, Leute, einfach mal nicht so egoistisch sein. Und seid mal nett. Wie gut kennt ihr eure Freundin? Na? Diese Fragen müsst ihr euch nicht stellen, denn eigentlich ist es auch egal. Ciao.